Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Toads Treasure Tracker und dieses Mal sind wir gleich in Episode 3, aber vorher wollte ich euch dieses andere Pausebildschirm zeigen. Das heißt, das kommt, wenn man im Titelbildschirm ein bisschen länger wartet. Und das ist eine optische Täuschung. Es sieht so aus, als würde das Bild nach innen gehen, aber in Wirklichkeit geht es nach außen. Wenn man hier so ein bisschen bewegt, dann denkt man sich erst so, oh, schick, aber dann hat man die Illusion enttarnt und so hat man das Ganze hier gemacht. Hier hat man noch eine Toad, da hinten ist noch ein anderer Toad. Ich wollte es euch einfach nur zeigen. Es ist eine coole Idee mit den optischen Täuschungen hier ein bisschen. Es sind jetzt nicht die besten optischen Täuschungen, die ich hier in meinem Leben gesehen habe, aber sind auf jeden Fall ganz hübsch und für so ein, ja, Titel-Screen, ich brauche zu lange Bildschirme ist es eigentlich ganz hübsch. So, Episode 3. Wir müssen erneut Toadette retten und diesmal starten wir hier unten in so einer Höhle. Warum ist hier so ein heller Lichtfleck? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier Münzen, die relativ gut versteckt sind, muss man zugeben. Ist hier unten noch was? Hier unten muss doch irgendwas sein. Die haben hier unten doch nicht nur Münzen hingesteckt, oder? Gut, dann hat die vielleicht die Special-Aufgabe was mit Münzen zu tun. Ansonsten wäre die unterste Ebene ja komplett sinnlos. Obwohl, naja, das erste Level war ja bislang immer nur, ich gehe nach oben und drüben den Stern. Und das ist ja hier auch wieder der Fall. Hier gibt es ja gar keine Rüben, äh, Rüben sag ich schon, gar keine Kristalle oder sonst irgendwas. Deswegen wahrscheinlich auch keine Bonus-Aufgabe. Ist ja nur wieder das Tutorial-Level gewesen. Was normalerweise die Story einleitet. Und auch hier leitet die Story ein. Der Red Dead wurde am Ende von Episode 42. Und befindet sich immer noch in den Krallen dieser Krähe. Captain Toad Treasure Tracker Episode 3 Wo bist du, Toadette? Gleich mal vier Level freigeschaltet. Auch nicht so schlecht. Wir starten natürlich mit dem Weizenentferner. Ich gehe davon aus, dass wir wie in Episode 2 einen großen Schwierigkeitsgrad ansprungen haben. Also eine Steigerung, eine große Steigerung des Schwierigkeitsgrades. Und, oh ja, ich denke mal, da kommt man nicht entgegen an. Nein. Oh Mann. Das sieht gar nicht mal so gut aus hier. So, ich warte, bis das Viech da drauf ist. Und dann viel schnell rüber. Und es schnappen. Und zurück. Viel schnell lang. Warten, bis es kommt. Und das war wohl nicht so gut. Ja, ich wollte einfach mal zeigen, dass man ja da aber sterben kann. Jetzt fangen wir natürlich erst richtig an. Also, aus der Perspektive sieht man das ein bisschen besser. Münzen sammeln. Hier hin. Hier hin. Da lang. Und dann dahin. So, klappt schon besser. Der liegt hier relativ offensichtlich. Ist ja schon fast geschenkt. Oh, jetzt muss ich wieder pusten. Na, super. Super. Um hier an die ganzen Münzen zu kommen. So, Kameraperspektive. Da hinten ist der zweite Kristall. Da hinten ist der dritte Kristall. Ich verstehe. Frage ist, wie kommen wir an den dritten Kristall? Von da drüben. Ich muss quasi vom Stern aus nochmal zurück. Und dann kommt man an den Kristall. Alles klar. Oh Gott. Kann man das nicht irgendwo ausstellen, dass sich die Kamera dreht, wenn ich das Wii-Pad bewege? Weil ich muss das wie gesagt, jedes Mal, wenn ich hier pusten muss, muss ich mir das hier zurechtlegen. Und jedes Mal verdreht sich die Kamera komplett. Was die Steuerung dann nicht unbedingt einfacher macht. Und da ist auch ein neues. Ja. Ich wusste, dass ich da nicht drauf stehe. So. Das hätten wir schon mal. Wofür ist denn diese grüne Röhre da eigentlich gut? Also dieses grüne... Ihr wisst schon, was da eine Etage höher ist. Eigentlich für gar nichts, soweit ich das hier sehe. Oh. Ich hab mir schon gedacht, es ist ja nicht so einfach, dass hier so viele Münzen sind. Komm da gar nicht hoch. Jetzt muss ich hier hoch. Dann da hin. Dann da runter. Hier hin. Kamera. So ist schön. Das Ding zurück. Und dann zum Stern. Ich hoffe, im nächsten Level gibt es nichts zu pusten. Da muss man hier nicht alles verkrampft hinsetzen. Ist ja eine ganz coole Idee mit dem Pusten. Aber wie gesagt, dass sich das auch die Kamera jedes Mal komplett verdreht ist, ist ein bisschen kacke. Die 75 Münzen haben wir auch zusammen. Also Level 1 schon mal komplett geschafft. Katapultflug über den Magma-See. Machen wir mal. Katapultflug. Ach, dann muss ich doch bestimmt wieder mit dem Game per zielen, oder? Oh. Oder ich muss mich so rüberschießen lassen. Coole Idee auf jeden Fall. Style Nummer 1. Der war allerdings wieder relativ offensichtlich. Frage ist hier wieder, was ist die Bonusaufgabe? Ich schätze schon mal fast... Entweder ohne Gegentreffer... Oder alle von diesen Viechern killen. Mache ich nur nicht, indem ich hier auf ihn draufspringe. Aber ich muss da ja eh runter. So. Um in Zidenzeit mit Kristall zu holen. Ich hätte jetzt irgendwie schon entweder einen Goldpilz vermutet, oder sie müssen alle Viecher killen. Kommt darauf an, ob man im Spielverlaufs hier eh alle Viecher killt. Wenn ja, dann wird das wahrscheinlich nicht die Bonusaufgabe sein. Und hier... Schnappen wir uns hier Nummer 3. Das war natürlich sehr schlau von mir. Da konnte ich mal wieder nicht warten. So, jetzt aber. Mach nochmal. Ich würde dich gerne kaputt hauen. Sehr schön. Und dann würde ich dich auch noch kaputt hauen. Okay, man musste ihm laufen das Spielziel kaputt ballern. Ich habe aber auch keinen geheimen Goldpilz oder sonst irgendwas gefunden. Dann ist entweder ohne Schaden zu nehmen. Das wäre jetzt aber in diesem Level gar nicht schwer gewesen. Kein Spike besiegen. Okay, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir dürfen niemanden besiegen. Die Frage ist, wie schaffe ich das Level ohne die zu besiegen? Kann ich mich so knapp neben die schießen lassen? Damit meine ich, wenn ich mich hier zum Beispiel auf die ganz rechte Seite stelle. Nee. Ich glaube, ich verstehe schon. Wenn ich hier hingehe... Warte und mich beeile, dann komme ich da nämlich auch hoch. Okay. Dann muss man es halt so machen. Ich bringe mich mal kurz um, Tau. Dann müssen wir bei jedem Spike also auf diese Art und Weise vorbeikommen. Ist ja gar nicht so schwer. Wir haben ja sogar noch einen Pilz unterwegs, falls uns mal was treffen sollte. Gut, also dann hier hin. Kurz warten. Okay, das war so nicht geplant. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir echt ein Problem. Okay, ich glaube, wir müssen uns dann da treffen lassen. Dann ist der Pilz unterwegs da. Ich habe zumindest keine Möglichkeit gesehen, wenn wir schnell genug rüberkommen, ohne einen Gegentreffer einzustecken. Oh, kommt man da auch hoch. Ah, dann war das also deswegen versteckt. Ah. Ich habe mir halt mal zu kompliziert gedacht. Aber der Eingang da unten ist natürlich sehr offensichtlich. Kommt ich davon aus, dass wir uns jetzt hier treffen lassen müssen? Oder auch nicht? Ging sogar so. Dann hier hoch. Und schnell hier hoch. Okay, dann war der Gegentreffer. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt dürfen wir hier keinen Gegentreffer mehr bekommen. Okay, funktioniert. Sehr schön. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber auch hier haben wir wieder die 100% geschafft. So, kommt mir jetzt nur so vor, sieht das ja richtig aus, als wenn das mehr als 18 Seiten wäre. Na gut, wenn da wieder so viele Kapitelübersichten dazwischen kommen. Sieht man dann, ja? Piepende Blöcke in den Sternen. Das sind, glaube ich, diese... Ich piep dreimal und dann wechsle ich die Farbe. Also die roten Blöcke verschwinden, die... Lilan kommen. Die gab es ja auch schon in Mario 3D World. Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, in Mario 3D World hatte ich noch einen fiesen Input-Lag vom Sound, den ich hier nicht mehr habe. Was diese ganzen Aufgaben ein bisschen einfacher machen. Oh, hat das hier was mit den Münzen auf sich? Ich sammle nur Vorsicht selber. Schadet uns ja nicht. Danke. Okay, wo sind Crystal 2 und 3? Ich guck mal kurz. Was sind die denn? Ich glaube, ich bin gerade wieder doof oder ich sehe irgendwas nicht. Also einer könnte da oben drin stecken und vielleicht kriegen... Ah, ne, der eine wird bestimmt vom Feuerbruder da bewacht. Ich habe noch die Frage, wo ist der zweite? Äh, der dritte? Achso, wir haben schon zwei. Aber ich bin immer... Warum verpeile ich das immer, dass wir schon zwei haben? Das ist mir schon so oft passiert. Okay. Dann... Dann... Und das hätten wir. So, Bonusaufgabe. Was war die Bonusaufgabe? Jetzt haben wir so und so viele Münzen. Wäre total hübsch. Wir haben nämlich alle gesammelt, die ich gesehen habe. Keinen Schaden erlitten. Haben wir nicht, oder? Doch, haben wir. Der hat uns einmal abgeschossen. Nein. Oh. Kacke. Das ist eine Scheiße. Habe ich in der einen Stunde nicht aufgepasst, dass der Feuerbruder da erwischen kann? Und schon ist die Bonusaufgabe natürlich wieder hin. So, hier wirft er gar nicht auf uns. Das ist die einzige Pferde... Die einzige Pferde. Ich kann heute wieder nicht sprechen, mein Gott. Ich sollte heute nicht zu viel aufnehmen. Die einzige gefährliche Stelle, die es gab, war wirklich die da vorne, wo er uns getroffen hat. So, das könnte er anzuschießen. Oh. Ab jetzt sollte er uns nicht mehr treffen können. Deswegen hier hin. Hier hin und die Rübe mitnehmen. Geht doch. Wunderbar. Hat doch perfekt geklappt. Dann haben wir auch Level 3 abgeschlossen und auf geht's zu Level 4. So, Spitzhacken-Archäologie. 80 Kristalle brauchen wir dafür. Oh, Spitzhacken-Archäologie. Wahrscheinlich wird es dann immer einen Spitzhacken geben. Und wenn man dann einmal einen Block zu viel zerstört, kommt man nicht mehr hoch. Ich kriege damit den Bonus nicht mehr gut. Hier wird was Bonusartiges drin sein. Oh, naja, du wirst das Bonusartige mit etwas sein. Gib uns mal einen Kristall. Oh, du gibst diese Spitzhacken. Okay, das geht natürlich auch. Hier wird Bonus sein, ja. Wahrscheinlich sogar mehr als nur einer. Oder doch nur einer. Dann haben wir uns den mal geschnappt. Ich hoffe, der respawnt da. Der respawnt nicht. Bedeutet, hier wird uns was entgehen. Wird uns so einiges entgehen. Dahinter sehe ich sogar schon die zweiten Kristalle. Wird sie wahrscheinlich da in dieser Pflanze befinden. Dann kann ich so ein bisschen noch mal gucken. Dann kann ich so ein bisschen noch mal gucken. Aber hier kriege ich auch schon wieder was noch kaputt. Okay, da muss ich hin, um den nächsten Kristall zu bekommen. Verstehe. Die werden wahrscheinlich noch über eine Menge Münzen sein, die man wahrscheinlich auch braucht, um die Bonusaufgabe am Ende zu bestehen. Können wir euch auch kaputt leuchten. Scheint so. Also alles Übernatürliches, Untotes kann man zerstören. Was willst du denn, lieber Toad? Nichts, gar nichts. Das ist natürlich auch gut. Guck mal, Toad, ich habe dich zerstört. Findest du das gut? Okay, ist dir scheißegal. Ach, die sind doch gar nicht auch zerstört. Die kommen jetzt einfach direkt wieder. Die mu tre ust. Wo kam sienen? Der wird ja, dass du nicht zurückgewickelt. Die, die können. Er importa schwer, dass du nicht alles sp Bah制ulösstückstückningar machen hast. Geben wir mal Gas Oh ne, da war noch eine Spitzsacke Das habe ich natürlich auch sehr rechtzeitig gesehen Hier unten bis nach unten Hier ist so viel versteckt Ich habe jetzt schon sechs potenzielle Orte gefunden Wo Kristalle sein können Aber wahrscheinlich sind diese ganzen Pflanzen nicht da gesehen Aber alle gar keine Kristalle, sondern einfach weitere Spitzsacke Und es gibt eine Bonusaufgabe für keine Blöcke zerstört Die kann man also eh nicht gemeinsam mit den Kristallen machen Also wir müssen das auf jeden Fall noch zweimal machen Ist ja Aufgabe hier Ich verstehe Wir fangen mal Damit an die Dinger zu sammeln Also runter hier Kommt du mal her Wir haben was da Da ist eine weitere Gut, finden wir auch Das ist relativ einfach Mit Ohren ab durch Münzen zu bekommen Ich kenne gerade, um Münzen geht es hier ja gar nicht Verdammt, ich sei das kaputt gemorfen Muss ich dich wieder wegleuchten Tja War der eben auch schon da? Aber doch eben nicht da, oder? Oder habe ich den aus Versehen besiegt Ohne das mitzubekommen Kann mir natürlich auch öfter mal passieren Kommt du mal her Hier war der Nächste Und schnappen wir uns gleich mit dem Nächsten Und beeilen uns Also wir müssen uns den hier schnappen Und sogar noch ein zweites Worn ab So Und jetzt müssen wir hier nur noch durchkommen Ohne Blöcke zu zerstören Also am besten gar keinen Hammer einsammeln Gut Und ein weiteres Mal Dann haben wir in diesem Part gar nicht so viel geschafft Diesmal nur vier Level, wie es aussieht Das ist, dass wir jetzt hier noch ein drittes Mal durchspielen müssen Aber diesmal sollte es am einfachsten werden Weil wir uns überhaupt keine Gedanken um irgendwas sammelbares machen müssen Weil wir wissen einfach nur durch Darunter Und darunter Ich weiß gar nicht, warum die Bonusaufgabe das leichteste ist Hier zu einer Bonusaufgabe Wie ich zerstöre alle Blöcke und so Das hätte ich verstanden Da hätte ich gedacht Okay, das ist eine gute, schwere Aufgabe Die sogar wirklich schwer ist Aber das hier ist ja Pipigra Einfach mal durch Ohne Blöcke kaputt zu machen Hier erscheint tatsächlich nicht Ich denke es merkwürdig alles Naja Ist nicht mein Problem Ich geh dann mal Na, vielleicht schaffen wir Level 5 noch Schauen wir uns das Level 5 mal an Dann haben wir 5 Level in diesem Part geschafft Dann haben wir auch Vernünftigen Fortschritt Wird der Part vielleicht ein bisschen länger Wo bist du, Captain Toad? Hain der hohlen Bäume Oh, da oben sehe ich schon die Krallen Von der Krähe Und das hört sich nach Toadette an Okay Die Krähe lässt uns einfach wieder los Das ist interessant So, die Ameisenviecher Die kennen wir auch, was wir gemacht haben Mit 3D World Zu dem muss ich jetzt auch hin Okay, hat die Bundesaufgabe was mit Münzen zu tun Oder warum sind die hier so versteckt? Ich sage, jedes Mal, wenn irgendwo Münzen versteckt sind Frage ich mich, ob die Bundesaufgabe was mit Münzen zu tun hat Nein, hat sie wahrscheinlich nicht Das war zwar eigentlich nicht der Plan Das können wir eigentlich mal hier unten drücken Das ist nicht der Pistall Nummer 1 Wir haben noch keinen verpasst Jetzt kommen wir da aber nicht mehr hoch Ich glaube, das war ein Fehler Ach, ich glaube nicht, ich bin wieder hier Ah, Moment Dann habe ich schon ganz früh den Stein verpasst Den Kristall verpasst Wenn wir schon so früh da hätten runterspringen können Okay Ich war einfach schon zu früh blind Oh, das ist der Nummer 2 Das sieht man ja Da unten haben wir auch schon Kristall Nummer 3 entdeckt Das ist also nicht der Schwierigkeitsgrad Den wir hier brauchen Nein Wahrscheinlich hätten wir uns nicht treffen lassen dürfen Und ich habe jetzt genau diesen Treffer kurz vorhin noch hinnehmen müssen Das ist mal wieder sehr typisch Wenn das so der Fall sein sollte Die Frage ist jetzt, wo ist der Stern? Ich sehe den Stern Ich muss einfach abwarten, bis sich das in der Pressektion befindet Ach, hier muss bestimmt die Ameisen kennen Die kann man kennen, wenn man da oben aus dem richtigen Moment runterspringt Beziehungsweise kann man auf sie draufhüpfen Ich weiß nicht, ob das die umbringt Aber Ein geheimen Goldbilder eingesammelt Boah, der könnte ja echt überall sein Also er könnte echt überall sein Puh Ja, dann schaue ich jetzt nochmal kurz nach Ob wir ihn jetzt finden Wahrscheinlich ist er wieder so offensichtlich Ich bin dann vorbeigerannt Aber ich denke, er befindet sich irgendwo oben drauf Wo man nur hinkommt, wenn sich das Ding oben dreht Und man an der falschen Position runterspringt Zum Beispiel hier oben drauf Beispielsweise bei dieser Ameise Ich gucke nochmal kurz, ob der Ob der so sichtbar wird eventuell Ich glaube, das ist schon mal ausprobiert Der wird so, glaube ich, nicht sichtbar Also ich kann mir vorstellen, dass er entweder hier oben drauf ist Oder da oben drauf Weil da kann man ja hinspringen, wenn sich das Ding oben dreht Ich bleibe erstmal hängen Gute Idee So, Knopf drücken Nach oben Nächsten Knopf drücken Hier ist er auch nicht Vielleicht im Wasser sollte er nicht sein Wenn das richtig ist Warum klärst du denn dann wieder hoch, Toilette? So, wieder runter Mein Willen kann auch so nach oben, richtig? Ja So, erste Vermutung wäre hier Zweite Vermutung wäre hier Erstmal hier Aber das scheint doch wohl nicht so zu sein Dann gehe ich gleich mal der zweiten Vermutung nach Und wenn er an beiden Stellen nicht ist Dann ist er wahrscheinlich wieder An einer ganz offensichtigen Stelle Wo ich jetzt wieder selbst gar nicht drauf komme Wie zum Beispiel hier in der Ecke oder so Oder hier irgendwo in der Ecke Ich denke wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert Im Gegentreffer hast du jetzt auch verdient Die Toilette Und ich hiebe es mal so anstellend da hoch zu gehen Oben Da rein Die zweite Vermutung wäre, wie gesagt Hier Oh Kann man da überhaupt drauf? Ja Ja, muss man Zu Seite springen Anscheinend Okay Ich glaube, jetzt werde ich sterben Ne Geschafft Ja So ein verkackter Goldpilz Das kann doch jetzt nicht so anstrengend sein Guck mal, wie ich den Part splitten werde hinterher Was wir dann in diesem Part noch geschafft haben Und was nicht Ich sette den hier irgendwo oben drauf Der ist hier Okay Dann habe ich doch nicht so kompliziert gedacht Den haben wir Und damit haben wir die Bonusaufgabe auch gelöst Wie gesagt Ich schaue mal hinterher, wie ich den Part splitten werde Wie es die Gesamtlänge dieser Aufnahme-Session gegangen ist Und dann Mach ich da wahrscheinlich wieder zwei Parts draus Und im Endeffekt sieht man dann ja Ob dieses Level noch im Ersten Part dieser Session drin war Oder im zweiten